So, lilo und herzlich willkommen hier in der Liftfahrt. Lift-Simulator 2013, nee, wir spielen Battlefield 4, die Beta. So, wir haben mir zuvor gehabt, ein Heli hier auszuschalten. Hier vorne fliegt er auch schon. Ja, warte, warte, warte. Ey, wilde markieren und das geht nicht. Jetzt geht's. Markiert. Hä? Ist er nicht? Und mir ist jetzt markiert. Ah, komm, hier der Heli, hier, in die Richtung, komm, komm, komm. Ah, jetzt fliegt er dann nach hinten. Ach, da ist jetzt nicht in die Gruppe. Bei 300, 53 Meter wäre ein Tank, aber den Heli holen wir uns jetzt, der ist wichtig hier. Ja, jetzt kannst du ihn markieren. Jetzt, markiert. Alles, krass. Flieh, Rakete. Boom. Geile Sache. So, helfen wir unseren Kollegen hier. Ja, genau, da nickt er es heute zuständig für diesen Fahrzug, ja. Fahrzug. Fahrzug. Aufzug. Aufzug oder Fahrstuhl, ja. Entscheidend muss man sich halt. Das ist ein neues Fahrzeug. Der Fahrzeug. Der Fahrzeug. Und ich verstecke mich sicherheitshalber hier ein bisschen da hinten, ne. Warte, mich wurde gerade auf jeden Fall geschossen. Ich hab's gerade irgendwie ein bisschen gehört. Ja, jetzt landet ein Heli hier. Was geht denn hier? Wir wollen nicht mit. Geht weg. Nee, wir wollen nicht mit. Aber sehr nett gedacht, ja. Okay, da haut sich ja ein Sturzflug runter hier. Alter. Ja, übrigens die ganzen Blutflecken, die man hier sieht, die habe ich verursacht, ja. Also nicht als Leiche, sondern als Schütze. So oft bist du schon gestorben, ey. Nee, eigentlich noch gar nicht. Erst einmal, glaube ich. Gibt's irgendwo noch einen Panzer oder so nach? Oder hier wieder? Sag ich dir gleich. Äh, ja, ich werfe C4. Oh, einfach meinst du Wasserwerfer, oder? Ah, nicht ganz. Hier vorne, markiert. Er schießt hier unsere Richtung. Ja, in dieser Richtung. Oh Mann, aber ich hab die Punkte bekommen hier. Ich hab auch noch. Hier nochmal, okay, da hockt einer im MG anscheinend, schieß mal. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Bei 291 Meter geradeaus hier, ja. Auf dem Dach, oder was? Nee, nee, nee. Schau, richtig weh. Da wo der Tank, da, da Tank, da Tank, da Tank, da Tank, da, Tank, 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 Tank. Äh, ich bin tot. Sniper, am Dach? Ja, bei A, o, auf dem Dach drauf. Bei A. Wenn man darüber guckt, auf das Dach, was hier da, wo auch in Fahrstatt, da war ein, ähm, Sniper, der, 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 der Wader. da ist kein Schwein mehr ja mein, unsere Leute sind auch schon drauf der hat dich weggesnipert oder wie? der hat mich weggesnipert, ja so, da unten fährt auf jeden Fall ein Tank, warte nee, der ist weg, wo ist der Tank? saufig ja, das könnte ich eigentlich auch wegmachen oder? kann man das wegmachen? ja, musst du einmal, äh, mal scoreboardeln, auf dem ich einfach nur noch auf eine X-Teil auf dem der Lautsprecher hat mach ich erstmal alle immer weg muter muter mene mene mu ja, das ist schlimm, wenn zwei Gegner stehen da weiß ich oft wirklich nicht, auf wen soll ich jetzt schießen vor allem, wenn es gerade so aussieht, dass würden sie miteinander quatschen das war ein Treffer, war kein Kill und das war der Treffer mit Kill ja, auch was schießen das ist mit dem Panzer oder wie? ah, ver... sei... den Controller verrissen, ja ja, schau ok, stellen wir mal auf 200 Meter ja, 200 Meter ist auf B, genau richtig ja, 190 Meter wird auf B entfernt ja das war ein Rückenschuss das war links neben... ja, und das war rot ja, und das war rot nur so'n schwarzen Pflick, ey ja, das... wir schauen mal den Fernseher ab, oder? ja oh, oh, oh okay, lege so'n Lucia so'n Luci 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 Machen das gar nicht spielen nochmal, du markiert ganz gerne da weg Bingo Das kennen wir doch, das wird ja auch schon kennen, ja, da wird jetzt wahrscheinlich die Flares raushauen. Aber ich liebe Sniper spielen, ey, das ist so geil. Wo bist du denn, ey? Ah, falsche Richtung. Ja, das ist, weil ich nur hoch schaue, ob hier irgendwo ein Heli herumgerückt. Dann sage ich, Nick, Nick, da oben, Heli! Du sagst, wo? Ich sehe, die Markierung kommt ja nicht sofort. Ja, ich nehme Faustfeuerwaffe in die Hand, dreh mich um, schieß den mal in den Kopf. Ah, abspitztes Blut. Kann man hier wirklich rein? Ja, da kann man wirklich rein. Der hat's versucht. Der hat's versucht, ja. Warte, warte, warte. Über uns? Nein, unter uns. So, und jetzt dürfen wir gerne wieder mit dem Fahrschirm hochfahren. Ja, das kennen wir schon. Läuft! Schon wieder, der Heli. Alter, der Heli, der geht mir aber hier schon am Sack. Wo kommt der Heli denn mal her, ey? Der kommt so oder um Ecke geschlichen. Ja, würde ich sagen, platzieren wir uns kurz mal woanders, killen in Heli und dann fahren wir hoch, ja? Ja, einmal. Einmal im Kreis drehen habe ich jetzt mal gemacht. Ja, ich sehe auf jeden Fall. Dann will mich schießen, dann will mich schießen, ne? Aber, 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 aber. Kicker, ey. Das ist bestimmt auch so eine Löcher, die machen nichts anderes auf der Scheiß-Kirche. Ja, ich frage mich, was der hier macht. Der guckt auf ne Mauer. Da sind zwei auf dem Dach. Bei uns, bei unserer Position. Ja, die werden wir uns dann holen. Komm mal mit, jetzt schalten wir mal den Scheiß-Heli aus. Wir könnten uns eigentlich kurz zu B rüberchillen, gemütlich. Und ich sniper die zwei vom Dach her weg, oder? Ja, wenn wir scha- Wenn wir runter gucken. Ne, ich habe ne bessere Position, komm mal mit. Nebenbei kümmern wir uns um den Heli. Ja, ne. Da springen wir mal runter. Da ist einer auf C. Einer auf C? Einer ist auf C. Just lost control of objective gun. Oh, ich habe eine Rottnummer von irgendwo runtergesprochen. Auf mich wird geschossen. Aber von wo? Von drüben! Ach, von drüben. Ja, von drüben. Und dann hier. Oh, der hin! Oh, Mann! Entschuldigung, Alter, von wo kommt der denn immer? Das ist ein Ghost Warrior, he? Alter, da wird echt mal Zeit, dass wir uns den holen. Ja, auf jeden Fall. Weißt du was? Engineers-Dinger. Ach, ich habe jetzt... Ich habe es denn noch... Der ist so fällig. Du bist kleiner Lucha. Lucha! Ha! Schuss geht ab und voll gegen die Mauer. So typisch. Ach, es ist mir nicht mehr. Ja, klar. Drei Sekundenschuss war das jetzt. Da sind wir. Ja, ich bin nicht schuldig. Bumm! Getroffen! Er brennt! Oh! Notlandung, sehr gut. Ach, sieh mal. Tot. Hahaha. Oh, der hat es kommt noch nicht. Alter! Das ist der gleiche! Vorn hin! Die muss aufschauen. Ach, hinter mir, ey! Heli! Aaaaaaah! Das ist immer der gleiche Typ, ey. Der gleiche Typ, ey. Ja, der ist auch gut, der ist auch gut, ja. Aber wir sind besser, ja. Wir kriegen den jetzt. Nimm das Ding ja mit. Hab ich. Die Folge nenne ich eindeutig Heli-Jagd. Ey. Ja, der schiebt aber auf dem Weg, ja, ne? Ja, komm mit, komm mit. Wir stellen uns jetzt relativ nebeneinander hin, dass beide Main treffen. Dass man beim anderen von kann. Ja. Ich warte hier, ja. Der ist ausgestiegen. Der ist ausgestiegen, der ist weg! Ach was. Ja. Und, Lutscher? Was wollen denn die da hin? Ja, ich schüsse. Objektiv Bravo hat mit den 2. Ja, ey. Der, der, der Behinderte da hinten? Wer ist denn das? Au, au, au. Au, au. Wird mit seinem Pumper, willst du verlassern? Näää. Kommt mit seinem Pumper oder? Nimm so. Jetzt haben wir natürlich die Stirn, oder? Ha, ha, ha. Da, da kommt, Achtung, da kommt hier entgegen. Was ist denn das für ein Witcher hier? Ich hab keine Ahnung. Kleines Kind wahrscheinlich, was nicht weiß, auf was er schießen soll. Ich schwör, hatte ich schon. Kleines Kind, ey. Und das ist rot, das hier. Ja, hier auch. Ja. Ja, toll, hier. Schöne Scheiße. Sniper. Vielleicht kommen wir nach Hause, wenn wir Pumper holen. Oh, wow. Ich bin noch. Was ist denn da hin? Äh, da tut der weh. Ich hab hier gerade ein Battle mit einem Sniper. Genau, gute Idee. Ich hab hier gerade ein Battle mit einem Sniper. Ah, wieder sein da. Tot. Da war aber noch einer. Da muss ein Sniper normal noch sein. Gehen wir rein, ja. Ach, hier ist er. Ja, hier ist auch einer. Warte. Oh, das ist so wenig Munition, ja. Alter, ich hab mich gerne von der Seite hier weggesnapt. Den habe ich übersehen. Alter, ich habe nicht übersehen. Ich bin einfach nur dumm, okay. Jetzt checke ich's gerade. Ja, fahren wir aufs Dach rauf? Ja. Aber mit 20 Schuss immer noch im Magazin. Machen wir heute mal was anderes. Versuchen wir trotz... Du kannst aber was spawnen. Nee, nee, nee. Ich spawn jetzt zwar hinten, ja. Aber wir gehen aufs Dach rauf. Hab ne Idee. Dazu gibt's zwei Beine. Ach, F***. Wie kann er mich da treffen? Er hat mich nicht mehr gesehen, weil es schießt einfach rein und trifft mir. Bist du oben? Achso, warte, da kommen wahrscheinlich gleich welche runter. Da sind zwei Stück drauf. Da sind zwei Stück, ich spawn gleich bei dir. So, jetzt kann ich auch. Komm. Wir müssen zwei Stück drauf. Busch debatten. Busch debatten. Wir sind zu dritt, okay. Warte, ich stelle mich hier ganz knapp ran. Du an die andere Seite. Hey, du auf die andere Seite. Leid, hier ist schon einer oben. Geile Scheiße. Ja, jetzt haben wir verloren. Naja, das war heute mal ne kurze Runde, aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken. 13 Minuten, ja, ist nicht so schlimm, würde ich sagen, oder Leute? Ja. Dafür ein bisschen actionreicher mit einer Heli-Jagd. Der Heli-Flieger, der hat da voll aufgegeben, ja? Sagen wir es mal so. Oh yeah, oh yeah. Sniper ist voll ausgebildet. Oh, nice. Bis auf Gewehr, das ist das nächste, was ich freischalte hier. Na, ist ja dieses Special noch wieder jetzt. Ne, noch kommt erst, kommt erst, das M40A5. Okay, naja, gut, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye-bye, Leute. Ciao. Ciao, Leute.